Servus Leute, Willkommen zurück zu Mischief Makers. Zweimal hat ein Controller nicht angenommen, jetzt bei dem Mal klappt's. Ich komme gerade von meiner Weiterbildung. Ich habe hier wieder meine Mappe, wie man hört. Heute haben wir fast alles durchgemacht, also fast alle Zettel. Und der größte Schwerpunkt für mich aktuell, Gruppen von Incoterms, Klausel für alle Transportdaten, EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP und Klausel für den See- und Binnenschifftransport, FAS, FOB, CFR und CIF. Ja, was heißt das alles? Wir haben hier natürlich auch dementsprechend Zettel. EXW heißt zum Beispiel Ex-Works, also Abwerk. FCA heißt Free Carrier, also Freifrachtführer. CPT heißt Carriage Pay 2 und so weiter und so weiter. Und die ganzen Abkürzel, die muss ich mir alle irgendwie merken. Ich glaube, da werde ich definitiv Finals Hilfe brauchen. Gerade haben wir gesehen, wie lange ich hier schon spiele, aber habe ich jetzt natürlich überspielt. Hust, Hust. Ah nein. Ich glaube, dich kenne ich, oder? Jedenfalls muss ich zwei... Okay, dich kann ich nicht greifen. Oh, jetzt hätte ich greifen können. Äh... Kann ich auch runter? Ja, irgendwie schon. Hä? Shaken, eventuell? Ne. Ich muss erstmal herausfinden, was ich gegen den machen muss. Und ich werde jetzt... Oh. Äh... Irgendwie... Jedenfalls werde ich zwei Folgen aufnehmen müssen. Äh... Gib das her! Ja, jetzt! Ja, ja. Ne. Komm her da! Empora! Jetzt! Wow! Au! Au! Wie viel habe ich denn? 300. Äh, ich werde versagen. Klickt jetzt zwar böse... Klickt jetzt zwar böse, aber mittlerweile sind mir 100% dieses Spiel scheißegal. Und wenn ich dieses Vieh hier auch No-Hit machen muss, dann habe ich, um ehrlich zu sagen, keine Lust mehr auf 100%. Ist mir dann egal, ob ich ein Special Landing kommt oder so. Jetzt gib das her! Ja, ja, ja! Du sollst es nehmen! Nimm es! Achso, der Bohrer trifft mich. Ja, ja, komm her da! Und dann muss ich den Bohrer nehmen. Ah, die Lanze! Ja, ja! Irgendwie... Versuche ich es nicht mal wirklich. Ja, ich hätte Live Up Continue machen sollen. Vielleicht spiele ich es einfach normal durch und dann gucke ich mir an, wie die ganzen Gegner funktionieren. In irgendeinem Guide oder so. Ja, ganz im Ernst. Das muss nicht sein. Gib das her! Ja! Ich habe ein Schild, warum schützt mich das nicht? So, ich kann auch so normal nach oben und unten. Haha! In die Fresse! Gib das her! Au! Nein! Ja, ja, her damit! Man merkt, dass ich eigentlich gar nicht wirklich spiele gegen ihn. Ja, ja, her damit! Ja! Ja, ich bin reingefahren. Äh, gefahren. Gib mir die Lanze! Ja! Ja, danke! Oh! Hat jetzt der Bohrer da oben das abgewehrt? Oh, das war doof. Das war noch viel blöder. Gib die her! Nein! Äh, irgendwie... Verstehe ich den Bosskampf nicht. Okay, mit der Lanze nicht. Vielleicht muss der Bohrer irgendwie treffen. Kann ich den Bohrer greifen? Bin schon ganz unten, oder? Dann wieder hoch! Ey! Spannend! Kommt da sie hinterher? Ja, die kommen beide hinterher. Die sind langsamer als ich, also muss ich ein bisschen warten. Warten. Jetzt vorbeiziehen! Gut, mal runter. Wow! Der hat mir fast den Kopf weggesprengt. Kann ich das Ding einfach so greifen? Nö. Ich glaube, es muss angreifen. Bohrer, komm! Muss der Bohrer mich nicht angreifen, oder so? Oder muss ich den Bohrer vielleicht mit dem Schild, oder mit dem... Ah, ich wollte eigentlich nach links. Ja, jetzt macht er! Fuck! Okay, meiner Meinung nach muss ich ihm zuerst Schild und Lanze aus der Hand reißen. Und dann... Muss ich irgendwie... Muss ich ihm irgendwie dazu bringen, dass er... Aber... Ah, verdammt, Moment. Jetzt! Shake, 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 shake! Her damit! Okay, okay. Ah, ja, 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 ja! Perfekt, perfekt! Gib mir das! Her damit! So. Jetzt aber. Wow! Ah! Okay, ich muss mal nach oben ein bisschen. Okay, das geht ja, aber... Ich muss jetzt erst mal gucken, wie ich den Bohrer greife. Oh! Falsche Taste! Wow! Oh! 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 So geht's ja! So geht's ja! Der Bohrer muss mich angreifen, irgendwie. Ja, jetzt! Äh, ich kann den Bohrer nicht greifen. Hm. Ja, ja, verpiss dich. Äh... 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 Hä? Ja, ich hab ihn. Ich versteh ihn nicht. Wenn ich keine roten Kristalle mehr hab, dann ist das Spiel komplett vorbei, oder wie? Ja. Gib mir das! Das kannst du mir auch geben. Au, au, au. Her damit! Jetzt! Hm... Kann ich ein Shaken? Nee. Warum hat er mich nicht getroffen? Hä? Komm her! Er hat ja nicht getroffen. Aber ich will dir die Lanze ins Auge rammen. Ganz im Ernst. Das ist einfach nur Scheiße. Nee, ich hab keine Ahnung. Let's continue! Hm... Mh... Na ja, Susanne, hab ich auch keine Lust... mir alle meine Kristalle zu verschenken. Ah, was ist aus den schönen Mist-Schiff-Makers am Anfang geworden? Irgendwie ist das Spiel... nicht mehr so gut. Ja, mach damit! Das will ich nicht! Verschwinde! Ah! Nein! Leer damit! To... Toll! Da pass' ich so auf. Das bringt ihm auch nix, die Lanze ins Auge zu rammen, weil ihm das keinen Schaden macht. Kann ich shaken? Nee. Das will ich nicht! Ihn will ich. Das muss bestimmt irgendwas mit diesem Bohrer da zu tun haben. Hm... Den Bohrer kann ich auch nicht nehmen. Äh, was für ein Schwachsinn! Was passiert, wenn ich da rauf geh? Jetzt hab ich zwar nicht auf die Kristalle geguckt, aber... Schauen wir mal. Halt die Fresse! Ja... Wofür hab ich? 302. Achso, ich starte vom letzten Speicherstand aus. Gut, da der Bosskampf scheiße ist und ich auf den keine Lust hab, mach ich irgendwas anderes. So. Klein Ballland. Kann ich da so springen? Nee. Blablabla. Ich kann gedrückt halten. Naja, fast. Was gebe ich nicht alles für so ne Danganronpa-Funktion? Einfach in der Taste gedrückt halten und alles wird geskippt in mega-Ultra-Geschwindigkeit. Aber rein theoretisch kann ich ja, wenn der Bosskampf mir auf die Lust geht, hier rote Kristalle farm, oder? Ja. Oh, komm. Muss das jetzt alles sein? Halt die Fresse! So, da, da komm ich weg. Das will ich aber nicht. So. Ich hab einfach nur nach links gedrückt. In keine Richtung. Theoretisch. Vielleicht kann ich so auch Lebenskraft farmen. Wow. Das ist hier gegen den Sack. Nicht mehr so schlecht aussehen. Gut. Ah ja, das. Ich weiß, das Ding ist da oben. Moment, wie ging das nochmal? Wie ging das nochmal? Achso, gar nichts drücken. Gut, bin ich da. Nein! Wow! Hätte fast nicht aufgepasst. Aha, okay. Aber hier war doch auch irgendwo ein gelber Kristall. Äh, ein Goldner, meine ich. Aber ich meine mich zu ändern, dass mir ein Goldner Kristall fehlt hier. Ich werde erstmal alles nach und nach abgucken. Ah. So. Nein! Da ist er! Wie komm ich da denn dran? Ah! Vielleicht hilfst du mir. Äh, Moment. Kommt nochmal her. Wo sind sie? Vielleicht muss ich so nach oben. Macht weiter. Setz dich auf den Ball. Hab kein Kopfweh. Mach endlich. Mann! Egal. Ah! Du kommst perfekt. Oh! Ja, 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 ja. Ich quäle die Viecher. Ich kann einem eigentlich leid tun, wenn sie mir in die Hände fallen. Hm. Gibt das nicht schneller? Ja! 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 Ich weiß nicht, wie ich an diesen einen Kristall da rankommen soll. Ja, das Vieh haut ab. Wenn es jetzt kommt, dann fange ich es. Äh, Falsches! Da ist er! Da ist er! Okay, ich hab ihn gesehen. Er ist jetzt mal grün. Sollte jetzt bald kommen. So, das da oben habe ich aktiviert, glaube ich. Ah! Ah! Ne, da. So, was hab ich jetzt angesetzt? Ah, ich hab irgendwie Kopfschmerzen. Gewaltig sogar. Ah, da rechts. Aber ich will eigentlich da ran. Hab mir Final dazu ja eigentlich irgendeinen Tipp geschrieben? Wahrscheinlich ja, aber ich blinde Nuss hab ihn übersehen. Tag. Ja, da ist der Stern. Ja, super! Eigentlich hätte ich mehr Lust, Super Mario 64 hochzuladen, aber... Das ist schon alles hochgeladen. Ich kann mir nur erklären, dass ich da irgendwas mit den Viechern da machen muss Da habe ich, da habe ich nicht Da auch nicht Dogman Rises Mach mal das mal Ich weiß wenigstens noch, was das war Aber ich habe keine Ahnung, wie ich hier ein Kristall kriegen soll Ja, das ist der perverse Spruch da Schüttel dich hart Wenn das ein kleiner Junge zum Mädel sagt, dann weiß ich auch nicht Sieht echt so schlecht tänzerisch aus Wobei, vielleicht muss ich nach links Vielleicht ist hier ein Goldenkristall Ne Gehen wir mal weiter Vielleicht finde ich hier irgendwo einen Haut ab da BAMS Einfach killen Und du meinst, du bist sicher da drin? Ha 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 Wer hat euch da überhaupt eingemauert? Das habe ich letztes Mal gar nicht probiert, oder? So kann ich zumindest Rote Kristalle sammeln Ja, es ist schon ewig Ewige Jahrhunderte her, dass ich das Spiel BAMS Angefangen habe Ich dachte, dass ich das Let's Play angefangen habe Ah, vielleicht kriege ich so einen Goldenkristall hier Nohick durchkommen Zack Biba, vorsichtig hier Ah Krieg ein Goldenkristall bitte Was war's? Ach so, wahrscheinlich kann ich jetzt zurückgehen Und irgendwo habe ich einen goldenen Kristall übersehen Wetten Ah, da bin ich fast reingesprungen Die Dinger sind noch da Nur die Dinger sind da Alles andere nicht Ist das vielleicht, dass ich hätte absteigen müssen Und Fuß weitergehen Ja, toll Ach so, ist die schnellste Fortbewegungsmethode Seht ihr, deswegen mag ich 100% Scheiße nicht Jetzt wird dieses Projekt 100 Jahre in die Länge gezogen Jetzt würde ich einfach den Schnitt machen Und immer wenn ich so einen goldenen Kristall kriege Einfach Ja, ja, ich bin jetzt hier Ich habe jetzt einen goldenen Kristall Oh, ich bin jetzt hier Ich habe auch hier einen goldenen Kristall Ich habe irgendwie nicht mehr so wirklich Lust auf das Spiel Eben wegen dieser ganzen 100% Kacke Na gut, ich werde hier erstmal einen Schnitt machen Das war Mistschiff Makers Ich hoffe, es hat euch gefallen Wir sehen uns das nächste Mal wieder Zittach Bis zum nächsten Mal wieder Bis zum nächsten Mal wieder